ja und willkommen zurück äh gleicher Aufnahmetag gleich 2 Sekunden danach was wollten wir jetzt machen? ach ja genau da war leer da war auch leer da waren noch Slaps Stufen da haben wir noch 64er Stack und neuner den nehmen wir auch noch mit sooo genau wir brauchen äh Spitzhacken Stöcke Eisen? auch Eisen? ja Eisen haben wir an Juuu Spitzhacken brauchen wir den nehmen wir äh machen wir uns jetzt mal direkt 2 Stück aus Eisen so nehmen wir auch mit so ein Eisenschwert machen wir uns vorsichtshalber auch noch was jetzt schon wieder ein bisschen unnötig war denn ich hab noch ein Eisenschwert in der Kiste ist mir grad eingefallen aber naja 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 so da ist fertig da ist auch fertig da tun wir das hin und wieder das hin und dann machen wir da noch schnell hin mhm machen wir noch was nö das war's oder ja das war's Juuut 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 dann tun wir hier das weg das weg das kann da rein das kann da auch rein die Federn können da rein die Stöcke und das Metall wieder Eisen mein Gott nein du warst da drunter die Erde können wir weg tun nehmen wir das da und das wie machen wir das denn jetzt und das und das und das und das und das und das so 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 und so ja passt doch mal eben hier gucken das ist fertig das ist fertig das da rein du bleibst bei mir du auch wir müssen langsam mal irgendwas anpflanzen und da wird schon wieder dunkel ist ja jetzt nicht all jetzt sind wir allein in der Höhle so hier die machen wir mal wieder weg da lassen wir mal gucken wie das nachher aussieht kriegt man die Slips noch niemanden? ach scheiß nö dann müssen wir hier leider noch ein tiefer die Wand rein macht ja nischt was wäre Minecraft ohne rumprobieren ne? würde ich jetzt mal so sagen so und wie schaut das dann aus? komm her komm her ich geh dich weh oh oh dann lass mal so du kommst erstmal weg dich machen wir hier drunter zwei Stückse ja dann würde ich sagen viel spaß beim Schaufeln und hier ist noch Kies und hier ist noch Kies so 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 Ja, das dauert jetzt alles so ein bisschen, bitte ich zu entschuldigen, aber ich kann da doch nix für. Diese Abbauerei hier, kommt uns nachher nur zugute, wenn wir die großen Sachen bauen, und ich höre eine Spinne. Wo ist sie? Oh nein, oh nein, oh nein, du kommst da jetzt nicht hin, oder? So ein Scheiß. Nein! Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Geh weg. Hör auf, hör auf. Hör auf. Boah, feiner, joh. So, und damit haben wir unseren ersten... Creeper. Gut, holen wir gleich. Äh, wo waren wir? Damit waren wir jetzt fertig, ne? Nein, da hinten noch nicht. Ich höre schon wieder so'n Spinnvieh. Das mag ich ja gar nicht, ne? Na komm, na komm. Achter Auge, du. Oh, ein Spinnauge. Hm. So. Na? 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 Gut. So. So. Treppenstufen. So. Hoffentlich sieht das nachher auch noch aus. So. Hier machen wir den Rest auch noch. Aber wir sind ja schon ein bisschen lebensmüde, ne? Ich hab da nicht so viel Erfahrung mit Monstern, weil ich eigentlich immer im Feigling-Modus spiele, wenn ich am Bauen bin. Jetzt so, neben dem Let's Play sag ich mal. Du wirst doch jetzt wohl nicht. Oh. Doch, er wird. Na, du wirst mich nicht treffen. Ah, doch, der trifft mich. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein! Geh weg, geh weg! Nein! Geh weg! Brav. Na, komm hier. Und wo steigen? Nö. So. Haben wir das auch schon wieder. Und ich glaube, die reichen jetzt aber nicht für das, was ich vorhabe. Weil der ist glaube ich zu lang, der Tunnel. Oh, doch. Der reicht. Ach, noch eine Spinne. Na, willst du auch noch Stress? Dann komm her. Ja. Drei. 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 Und vier. Und hier. So. Machen wir hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Ist das jetzt richtig? Nö. Und hier. Und hier. Und hier. Damit hätten wir das schon mal so... Och, nö, geh weg, komm. Ist doch nie euer Ernst. Du machst mir hier jetzt nix kaputt. Hätte ich dir jetzt auch nicht geraten. Na komm, wird wieder hell. Haben wir die Nacht überlebt. Und haben auch einiges geschafft, muss ich sagen. Hier werden wir jetzt gleich noch ein bisschen abholzen. Und dann kommen da die Slips rein. Aber das, meine Freunde, machen wir in der nächsten Folge. So, hab ich's jetzt rausgebracht. Den Boden müssen wir auch noch machen, fällt mir grad ein. Ich weiß nicht, die machen wir, glaub ich, aus Holz, oder? Oh, die machen wir aus Holz. Na komm, sterb, 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 sterb. Ey, hast du jetzt meine Fakker kaputt gemacht? Wo war die? Da? Und da. Jut, 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 jut. Äh, ja, wir warten jetzt noch kurz, was bisher geworden ist und wir wieder in unser Haus gehen können. Oder ja gesagt, in unser Lagerhaus. Und nach Hause müssen wir uns später kümmern. Wir machen jetzt erstmal hier alles schön. Und ich hab immer noch irgendwie, keine Ahnung, was wir hier reinbauen. Hier machen wir zwar jetzt alles schön und so, ist ja alles schön und gut, aber... Oh mein Gott, oh mein Gott, hier ist irgendwas faul. Was ist denn das? Ich trau mich gar nicht. Oh, ein Brenner-Zorn-Wir. Komm, 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 komm. Haut der mich so eigentlich? Oh ja, der haut mich so. Tod? Das ist fein. Na komm, sterb. Och, was hat denn der? Eisen hatte der? Kann ich jetzt wieder in mein Haus oder greifst mich an? Hätte ich dir jetzt auch nicht geraten. So. Aber ins Lager. Kommt doch, kommt doch, kommt doch. Wehe, du fängst jetzt an zu brennen und mein Haus brennt wegen dir ab, ja? Na gut. Wenn's so ist, ist es so. Wir haben immer noch Ausweichpunkte hier. Tap, 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 tap. Tap, tap, nee, den brauch ich ja sowieso. Das brauch ich, das brauch ich, das brauch ich. So, fein. Das rollen wir hier ein und das rollen wir da und das da und das da und das da. Den Knochen lassen wir auch hier und den Zaun können wir jetzt erstmal auch hier lassen. Den brauchen wir ja sowieso nicht. Ähm, ja. Dann würd ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Äh, ja. Morgen, oder eher gesagt nachher, je nachdem, wie ich Zeit und Lust habe, kommt noch der Boden und die Decke dran von dem kleinen Tunnel, in dem wir gerade waren und ich überlege mir in der Zeit mal, was wir daraus machen können. Ihr könnt mir ja auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da reinhaben möchtet. Und ich versuche mich... Mich... Mein Gott. Und ich versuche mich möglichst daran zu halten und auch die Kommentare zu lesen. Wir sehen uns. Viel Spaß noch. Tschelsikowski, macht's gut. Tschelsikowski, macht's gut. Tschelsikowski, macht'sÖ Und ich versuche mich zuerst den 오늘도 Und ich versuche mich zuerst den's. Vorher, allesz verstehst du auch, ich möchte doch hin Wie wearing heraus թаные wird es in den K konkurren. Und ich wünsche dir Attard, ich hoffe, mir geant Says und ich gar nicht und ich will und ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020